Herzlich Willkommen Kameramagier zur Fusion Challenge und die Fusion Challenge ist folgendes Bau das hier nach, was gerade eingezeigt wird, aber du denkst dir jetzt vielleicht Was ist das simpel? Einfach nur ein Rectangle und fertig und ein bisschen Text Ja, aber mach das mal mit nur zwei Keyframes Ja, nur zwei Keyframes in der gesamten Animation Und genau das ist es, was ich in dieser Fusion Challenge dir mitgeben möchte Es kommt nicht immer auf die Keyframes an, sondern auch auf die Expressions und wie das Ganze in Fusion arbeitet Es wäre ja auch keine Challenge, wenn es nicht ein bisschen herausfordernder ist Und falls du noch gar nicht weißt, wie du überhaupt Titelanimationen in Fusion machen kannst Dann habe ich dir da oben noch weiteren Stuff verlinkt und Videos, die dir helfen, diese Fusion Challenge nachzubearbeiten Wenn du an der Fusion Challenge teilnimmst, dann bekommst du ein aufbearbeitetes, mit Hinweisen versehenes Settings-File von mir Indem ich dir genau erkläre, was ich gemacht habe, um diese Animation zu bekommen Dadurch kannst du gucken, was ich anders gemacht hätte vielleicht Oder wo du dein Node-Workflow noch ein bisschen verbessern kannst Was dir hilft, in Fusion bessere Animationen und besseren Stuff allgemein zu machen Um an der Fusion Challenge teilzunehmen, musst du nichts anderes machen, als all die Nodes, die du genutzt hast, zu markieren Und diese mit Rechtsklick als Settings-File zu speichern und dann im Kontaktformular hochzuladen Alle Einsendungen schauen wir uns dann nächste Woche im Livestream an Wann der kommt, erfährst du noch über den Community-Tab oder meinen Instagram-Kanal Jo, ansonsten gibt es nur noch ein was zu sagen Hol dir gefälligst mal die restlichen Titelanimationen und Presets von meiner Webseite, die du for free dort findest Ich hab irgendwie das Gefühl, auch wenn ich sie immer in allen Beschreibungen verlinke, sehen die Leute das irgendwie nicht so oft Keine Ahnung Also, falls du gratis Presets suchst, dann schau doch mal auf meiner Webseite vorbei Und saug alles runter, was du kriegen kannst Jo, ansonsten sehen wir uns nächste Woche im Livestream Ich freue mich schon auf deine Einsendung Bis zum nächsten Mal, Kameramagia Ciao